Hi zusammen, hier ist Miho, hier ist Pavel und heute ist es soweit, die Farbharmonien 2.0 sind fertig. Bleibt dran! Wann haben wir die ersten Farbharmonien auf den Markt gebracht? März 2019. 2019, gut, das sind jetzt über zwei Jahre. Hammer! Ja, das ist sehr gut angekommen, viele haben es gekauft. Danke für euer Feedback. Also wie es aussieht, das ist bei euch gut angekommen und deshalb haben wir gedacht, wir machen jetzt eins drauf, die Farbharmonien 2.0. Das ist so modern. 2.0, 2.2 und so weiter. Aber 2.0, das ist eine ziemlich geile Neuerung. Woran liegt der Unterschied? Gut, damals war 1.0 schon ein sehr großer Schritt. Warum? Farbenlehre, Farbharmonien, das kennt man so aus der Modebranche oder wenn man eine Webseite designt. Aber so beim Fotografieren, also das, was die meisten kennen, ist so, Komplementärfarben sind halt irgendwie gut und dann hört es auch schon auf. Aber Farben bewusst so zusammenzusetzen, dass sie in Anführungszeichen das bestmögliche Resultat liefern, das war damals relativ unbekannt bei den Fotografen. und deswegen kam das auch ziemlich gut an, für die Leute, die für das Thema offen sind natürlich, klar. Und wir haben dann mit großem Abstand immer mal wieder Feedback bekommen, ja wie macht man denn seine eigenen Farbharmonien, wie kann man das selbst anlegen? Und wir haben uns dann die Mühe gemacht, auch im Internet mal zu gucken, was gibt es eigentlich jetzt nach zwei Jahren zu diesem Thema? Nichts. Gut, würde ich so nicht ganz unterschreiben. Aber nicht viel. Das Internet ist voll mit Vorträgen und Abhandlungen und Broschüren zum Thema Farbenlehre. Okay? Farbmanagement, Farbenlehre, welche Farben passen zusammen, was sind Farbharmonien. Das ist super. Und dann habe ich gedacht, okay, klasse. Weil wir haben zu dem Zeitpunkt auch gesagt, wir wollen einen Kurs dazu machen, einen Online-Workshop. Und da habe ich gedacht, okay, dann muss es ja auch dann irgendwo im Internet Unterlagen geben, die einem genau zeigen, wenn man diese Farben haben möchte, was macht man genau in Photoshop beziehungsweise Lightroom etc. Also wie geht es denn dann weiter, dass ich das als Foto dann wirklich auch als Ergebnis habe? Und da gab es nichts. Ja, wie ich gesagt habe. Ja. Weißt du, was interessant ist? Also einige Fotografen fragen auch, wozu sind diese Farbharmonien gut? Ja. Und das ist ganz einfach zu erklären. Wenn ihr ein Foto habt und in diesem Foto sind schon Grundfarben vorhanden, man kann diese Farben so optimieren, dass es wirklich besser rüberkommt. Dass wir sagen, okay, also wir orientieren uns an Komplementärfarben und an den ganzen Abweichungen, was es gibt zu Farbharmonien. Und dann wird das Foto quasi so hochgezogen, dass wir sagen, wow, die Farben sind jetzt einfach genial. Weil einfach ein Foto ohne Farbharmonien, das kann natürlich auch nett sein. Aber wenn wir jetzt auf die Klicks schauen im Internet, in Social Media, Facebook, Instagram und so weiter, dann merken wir, dass die Fotos, die nach den Regeln der Farbharmonien gestaltet sind, die bekommen mehr Klicks. Gut, wir arbeiten natürlich nicht für Klicks, aber trotzdem möchte jeder mit Fotos irgendwie besser ankommen, besser auffallen. Und da helfen uns natürlich die Farbharmonien. Also ein ganz einfaches Beispiel. Ja, ja. Auch selbst wenn ihr von Farbenlehre keine Ahnung habt. Wenn ihr ein Bild bearbeitet und alles dunkel ist und man nichts sieht, schlecht. Wenn alles zu hell ist und man nichts sieht, auch schlecht. Wenn man aber eine sehr gute Verteilung von hell zu dunkel hat, optimal. Dann könnt ihr dann überlegen, okay, ich habe Farben im Bild, manche sind nicht gesättigt, andere sind gesättigt. Das heißt, ich habe bei der Sättigung einen sehr großen Kontrastumfang. Ja. Dann ist das Bild nochmal besser. Wenn ihr es dann noch schafft, die Farben so zu verteilen, dass sie von den Farben her auch nochmal den größtmöglichen Kontrast bekommen, dann hat euer Bild buchstäblich den maximalen Kontrast, die maximale Plastizität und Lebendigkeit. Natürlich kann man das auch monochrom machen oder mit einem bestimmten Farbstich. Aber prinzipiell als Fotograf, ich kann damit quasi lebendigere Bilder erschaffen. Ja. Und deswegen ist das Thema so wichtig und wir haben nicht verstanden, warum das im Markt quasi, also warum es diese Lücke gibt zwischen Farbenlehre, Theorie und konkrete Anwendung. Das Problem ist, die Leute beschäftigen sich damit einfach nicht und dann wundern sie, dass die Leute, die mit Farbharmonien ihre Bilder bearbeiten, dass die Bilder besser ankommen. So ist das, ja. Das ist ja eigentlich das Schöne. Ja. Also es kommt gut an, aber die Leute wissen nicht genau, warum. Das finde ich ganz schön. Ja, ja. Das ist diese Unterschwellige. Aber so ganz unterschwellig ist das nicht. Und jetzt möchte ich ein bisschen konkreter werden. Die ersten Farbharmonien, die wir produziert haben, wir haben bestimmte Farbharmonien geliefert. Das sind quasi feste Daffeln. Wie viele waren das? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das waren jede Menge. Das waren ziemlich viele, ja. Aber jetzt haben wir es so gemacht. Jetzt kann jede einzelne Farbe unabhängig von der anderen Farbe angepasst werden. Das heißt, ihr habt zum Beispiel ein Landschaftsfoto. Die Landschaftsfotos haben gelb, orange, grün und blau. Und ihr könnt jede Farbe separat quasi anklicken und diese Farbe wird in dieses Bild integriert. Und dann könnt ihr mehrere Varianten machen und entscheiden, welche Variante besser ist. Und man kann im Prinzip fast nichts falsch machen, weil wir haben durchprobiert. Also zum Beispiel, wir haben ein Josemite Nationalpark-Foto genommen. Und dann haben wir eine Version gemacht, die nächste Version gemacht, die nächste. Und das sieht alles geil aus. Das ist der Punkt. Man kann wirklich nichts falsch machen. Nein, nein. Und das ist komplett automatisiert. Also das heißt, wir haben das in Aktionen verpackt. Und wenn ihr diese Aktion ausführt, dann sagt ihr, okay, diese Farbe ist diese, diese Farbe ist diese, diese Farbe ist diese. Und es ist automatisch dann auf das Foto projiziert. Und nicht nur das, es kommen dann noch die Farbkontraste drauf. Wenn ihr sagt, okay, also nach diesen Farbharmonien ist das Foto trotzdem nicht ganz so dreidimensional, wirkt ein kleines bisschen flach. Dann ein Kontrast, zwei Kontraste, fertig. Also man ist im Prinzip innerhalb von ein paar Sekunden fertig damit. Ist man. Und eins vorweg, es ist jetzt nicht dazu gedacht, dass man ein Bild grundentwickelt, ne? Licht darunter, Schatten rauf und so weiter. Ja, das auf jeden Fall. Das nicht. Aber wenn man schon eine gewisse Grundbearbeitung hat, dann sozusagen das letzte Quäntchen, die letzte Meile zu gehen, um aus dem Bild das Maximum rauszuholen, dafür sind die Farbharmonien dann eigentlich perfekt. Ja, und das ist genau an diesen letzten Schritt gedacht, weil viele machen gute Bilder, viele machen Bilder so, dass sie in Kamera Road und Lightroom gut entwickelt sind, man kann sie gut anschauen, aber dieser kleine letzte Schritt zum perfekten Bild fällt. Ja. Und dieser Schritt machen jetzt unsere Farbharmonien 2.0. Aber, Micho, er wird es lange erklären. Zeigen wir mal ganz kurz, wie das funktioniert, ja? Machen wir. Ja. Also, schaut euch das an. Schauen wir uns mal an, was die Farbharmonien 2.0 so alles auf dem Kasten haben. Ihr könnt damit eure bereits bearbeiteten Fotos optimieren oder, wenn ihr wollt, auch entsprechend verfremden. Aber alles, was ihr tut, basierend auf der Farbenlehre und auf Farbharmonien, mit denen ihr prinzipiell nichts falsch machen könnt. Es setzt auf dem, in Anführungszeichen, alten Farbharmonien-Paket auf, geht aber noch einen Schritt weiter. Ein Schritt ist untertrieben, weil erstmalig in dieser Form zeigen wir, wie ihr Farbenlehre versteht, Farbharmonien identifiziert und technisch in Photoshop so weiterverwendet, dass ihr über jeden einzelnen Schritt die volle Kontrolle habt und das Ergebnis komplett alleine bestimmen könnt, ohne dass ihr Gefahr lauft, wirklich etwas falsch zu machen. Hier haben wir ein Bild aus Barcelona. Das haben wir bereits gepostet. Ist schön. Ist auch sehr gut angekommen. Wenn wir jetzt hier reinschauen, okay, diese orangen-gelb Töne, die sind ein bisschen nah beieinander. Das weiß ich aus Erfahrung. Im Nachhinein würde ich das vielleicht ein kleines bisschen anders machen. Zur Bestimmung der Farbharmonien nutzen wir Adobe Color. Das sieht so aus und dort kann man die Hauptfarben in einem Bild ermitteln. Und wenn man die Farben anschaut, ergibt sich durchaus noch ein kleines bisschen Verbesserungspotenzial. Aber wie gesagt, all das wird im Paket erklärt und es wird auch erklärt, wie man eine korrigierte Farbpalette hier rausziehen kann, die dann wiederum in Photoshop zur Verfügung steht. Schauen wir uns an, wie das dann später aussieht in Photoshop. Da wären wir. Und ich habe diese Farbharmonie, die wir ermittelt und sozusagen optimiert haben, habe ich jetzt in Photoshop reingebracht und werde mit einer der Aktionen, die es auch früher schon gegeben hat, das Bild jetzt hier optimieren. Ich gehe einfach auf Farbharmonien intensiv zum Beispiel oder zart oder kontrastreich, aber nehme jetzt intensiv, klick drauf, sage dann fortfahren, wähle, das ist die Funktion gleiche Farbe. Ich wähle als Quelle natürlich das Barcelona Bild und sage, nimm bitte die Farbtafel, um das Foto zu optimieren. Und das ist das, was ich bekomme. Nicht erschrecken, aber ihr seht die Tendenz. Gelb ist jetzt deutlich anders als die Orange- und die Rottöne und alles wurde sozusagen farblich intensiviert. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist die Deckkraft ein kleines bisschen runterzufahren, zum Beispiel auf 25 Prozent und dann habe ich schon einen deutlichen Unterschied im Vergleich zu vorher. Einer der Bereiche, der halt deutlich anders ist als vorher, ist hier oben und drüben in der Stadt. Das nur als kleines Beispiel, wo sich wirklich was im Bild verändert hat. Und wenn ich noch mehr Kontrast brauche, klar, ich klicke auf eine dieser Boost-Aktionen und habe mein korrigiertes, optimiertes Ergebnis. Ist alles Geschmackssache, aber hier eine konkrete Anwendung der Farbenlehre und der Farbharmonien passt genau zu diesem Bild. Vorher, nachher. Ist jetzt kein krasser, gravierender Unterschied, aber man sieht, dass etwas im Bild passiert ist, verbessert, ohne zu verfremden. Und jetzt gehen wir in den Josemite National Park. Hier wären wir und bei Farbharmonien 2.0 kann ich aus 60 Farbharmonien wählen und natürlich aus denjenigen, die ihr selbst erstellt habt und hier reingebracht habt. Und das gibt es sonst im Markt nicht. Ihr könnt wie ein Maler einzelne Farben anklicken und ganz gezielt in das Bild reinbringen. Gehen wir hier auf Farben festlegen und jetzt kann ich zum Beispiel auf dieses Blau gehen und sagen, ja, das Blau hier gefällt mir besser, nehmen wir das. Das Grün ist jetzt zum Beispiel dieses Hellblau. Das Gelb ist dieser Cremeton und das Rot ist das Signalrot von hier oben. Der nächste Schritt, einfach auf die nächste Zahl klicken, Farbanpassung. Und jetzt werden die Farben so verschoben, dass sie genau dieser Harmonie entsprechen. Und das ist schon ein krasses Vorher-Nachher-Ergebnis. Aber wenn ich basierend auf der Farbharmonie noch mehr Kontrast haben möchte, klicke ich einfach auf die Nummer 4, Farbkontrast und bekomme mein finales Ergebnis. Und so sieht der Vorher-Nachher-Effekt aus. Achtung, Vorher, Nachher. Farben komplett anders, alle verschoben. Ich habe es jetzt ein bisschen intensiver gemacht, damit ihr auch wirklich den Unterschied seht. Aber das passt, ist harmonisch. Ihr könnt prinzipiell nichts falsch machen und jeden Look generieren, den ihr wollt. Wenn wir es ein bisschen zahmer haben wollen, kein Problem. Ihr könnt jederzeit umfärben oder eine andere Farbharmonie nehmen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Nummer 3 und sagen, das Blau ist dieses matte Dunkelblau. Grün ist dieses Grün hier oben, Gelb ist dieser Cremeton und Rot, da sagen wir, das hat so einen Braunton. Also andere Farben als das, was wir hier im Bild haben. Klicken wir auf Farbanpassung und schauen, was passiert. Voila. Auch hier einmal auf Farbkontrast klicken und fertig. Komplett anderer Look. Und das hier gefällt mir deutlich besser als das Original. Klicken wir auf den Vorher-Nachher-Vergleich. Vorher, Nachher. Letzte Variante gefällig. Ich habe mir noch eine andere Farbharmonie hier rausgegriffen. Und dann färben wir einfach um. Blau ist dieser Oliveton, das Grün, okay, setzen wir auf den gleichen Farbton. Gelb ist auch jetzt hier wieder dieses leichte Rosé- oder Eierschalenfarben. Und bei Rot sagen wir, okay, da lassen wir es ein bisschen krachen, kriegt diesen Orangeton. Also komplett andere Farben. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Und bitte schön, auch hier Farbkontrast einmal. Und das ist jetzt eine etwas sommerlichere Variante mit einer eigenen, wärmeren Grundstimmung als vorher. Letzter Vorher-Nachher-Vergleich. Vorher kalt, hier sommerlich warm, aber mit entsprechendem Drama. Und das ist nur ein kleiner Teil der Aktionen, die wir im Paket haben. Aber ihr habt gesehen, A, man kann nichts falsch machen. B, man kann jede einzelne Farbe kontrollieren. Und C, es ist und bleibt farbharmonisch. Das Ganze mit nur wenigen Klicks, ohne dass ihr jetzt aufwendig Regler verschieben müsst. Und im Paket erklären wir euch, wie ihr darüber hinaus noch weitere Kontrollen vornehmen könnt, um wirklich das absolute Maximum aus euren Fotos rauszuholen und um eine beliebige Anzahl von Varianten zu erstellen. Das war ein Beispiel, wie unsere Farbharmonien 2.0 funktionieren. Ihr habt gesehen, kurzes, kurzes. Also man kann natürlich noch mehr erklären, aber das war jetzt, denke ich, anschaulich genug. Und jetzt könnt ihr selbst entscheiden, wollt ihr letzten Schritt mit uns gehen oder bleibt ihr bei euren Fotos. Das ist natürlich sehr spekulativ. Gut, für alles gibt es Pro und Contra, aber wer zum Beispiel sagt, okay, ich möchte doch jetzt weitergehen, dass meine Fotos besser auffallen, dann ist das der Schritt, der ihr bei uns macht. Und, was wir natürlich jetzt in der Demonstration nicht gezeigt haben, es gibt natürlich auch Video-Lektionen, wo ihr jenseits von dem, was in den Aktionen drin ist, was ihr euch anschauen könnt, um nachzuvollziehen, wie wir es gemacht haben, es gibt auch Video-Lektionen, wo wir euch die Thematik erklären, nicht nur die Anwendung der Aktionen, sondern quasi so ein mini, mini Crashkurs Farbenlehrer. Und dann, ganz wichtig, wie ermittle ich in einem Bild die Hauptfarben, wie vergleiche ich das mit der Farbenlehre und wie ermittle ich dann die Farbharmonie, die für mein Bild ausschlaggebend ist. Das haben wir als erstes Beispiel jetzt bei der Demonstration gezeigt, aber ihr bekommt quasi auch das theoretische Grundwissen, wie ihr es dann auch selbst machen könnt. Und wir haben dann in der Demonstration, das erste Beispiel war quasi Farbharmonie 1.0, aber quasi gespickt mit dem Wissen, was wir jetzt in dem Paket drin haben, und der Rest war dann Farbharmonie 2.0. Es besteht nach wie vor aus zwei Paketen, also das, was wir jetzt anbieten, besteht aus 1.0 und 2.0. Wir bieten es grundsätzlich nur als Bundle an, weil das eine braucht das andere, das ist auf jeden Fall der Fall. Und wer Farbharmonie 1.0 schon haben sollte, ihr müsst das jetzt nicht nochmal bezahlen. Alle, die Farbharmonie 1.0 schon haben, haben von uns eine E-Mail bekommen mit einem Rabattgut, der euch quasi den Betrag von Farbharmonie 1.0 abzieht. Ja gut, das ist absolut fair, weil, ja, warum soll man zweimal bezahlen? Ja, ja. Und was noch sehr interessant ist, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, neulich haben wir doch mit unserem Antonio gesprochen, der Malerei macht. Ja, ja, ja. Und der malt, also der hat auch so eine Kunstschule besucht und so weiter. Und ich habe dann auch so diese Dinge gemacht und sagte, ja, hast du schon mal von Farbharmonien gehört? Da muss ich lachen. Ja, weil das ist im Prinzip, da zieht sich überall durch, ob das Fotografie ist, Kunst oder Mode. Also Farbharmonien sind überall und die sind natürlich absolut wichtig. Ja. Ja, Farbharmonien 2.0 sind ab sofort verfügbar bei uns im Shop. Link ist unter dem Video. Schaut euch das an und haut rein. Also ich denke, oder wir denken, das ist für alle eine Bereicherung, um von einem guten Foto zu einem noch besseren Foto zu kommen. Also jetzt ohne Witz. Ja, ja. Selbst wenn man glaubt, ich kann schon alles, ich weiß alles und so weiter, soll es ja geben. Es kommt immer was dazu, genau. Aber, also aus unserer Erfahrung, das ist etwas, was jeder noch in seinem Business-Schatz und in seinem Können vertragen kann. Definitiv. Und, sowas gibt es auf dem Markt nur einmal, was wir jetzt gerade produziert haben. In dieser Form? Ja. Ein einziges Mal, nämlich genau das, was wir jetzt hier in dem... Ich wünschte, es wäre anders, aber es ist genau das, was wir jetzt in dem Video gezeigt haben. Ne, das ist auch ganz gut so. Ja, also ich denke, es gibt hier immer so kleine Puzzlesteinchen, aber ich bin der festen Überzeugung, wir sind die Ersten, die es für uns Fotografen, ja, so praktisch wie möglich zusammengestöpselt haben, dass wirklich eine komplette Geschichte daraus entsteht. Ja. Das war's für heute, ja. Also, das ist das einzige Message. Neue Farbharmonien 2.0 sind ab sofort da. Und wir wünschen euch damit viel Spaß. Ich verzichte jetzt auf die Werbung, weil sonst sagt er, ja, immer Werbung, ja. Nein, das ist jetzt keine Werbung. Das ist der nächste Schritt für euch zu einem perfekten Foto. Dann in dem Sinne, macht's gut, macht hübsche Bilder, macht sie mit Farbharmonien, sodass alle in Ohnmacht fallen, wie schon eure Bilder sind. Und vergesst nicht, Oma zu grüßen. Und? Wir trinken gleich darüber nach, aber erstmal wird dieses Video geschnitten. Ciao.